In Folge 6 von House of the Dragon haben wir nicht nur neue Schauspieler schon wieder, sondern auch sehr viel Tote und sehr viel Tragik und sehr viele Konflikte und sehr viele Intrigen. Genau das, was man sich eigentlich von einer Game of Thrones Serie wünschen würde. Und damit heiße ich euch willkommen zu der Folgenbesprechung diese Woche. Ich glaube, ich muss das inzwischen gar nicht mehr sagen. Es wird hier Spoiler geben, das Ganze drum und dran. Nicht nur zu der Folge selber, sondern auch möglicherweise zu den Büchern, das sage ich dann extra, zu Game of Thrones vielleicht und so weiter. Aber das nur als Hinweis. Wir fangen ohne Umschweife an, und zwar mit dem Intro. Hier gibt es nämlich einige interessante Änderungen. Und zwar, wir haben ja diese Blutstriche im Intro, die immer anzeigen, wie viele Kinder diese Person, für die das Symbol steht, geboren hat. Und von Alicent, also dem Symbol, das für Alicent steht, gehen jetzt vier Striche aus, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie jetzt vier Kinder hat. Und zwei davon kennen wir ja schon, Aegon und Helena. Aegon ist ja der Älteste. Aber sie hat jetzt noch zwei weitere, und einen davon sehen wir auch diese Folge noch. Und ich schätze mal, das vierte Kind ist entweder noch ein Säugling oder ist noch nicht geboren, und das ist bloß für die nächsten Folgen schon mal so gemacht worden. Aber apropos Geburt, auch Rhaenyra ist jetzt Mutter, und das schon dreifach. Und ihre Kinder haben auch schon eigene Symbole. Die sehen wir auch in dieser Folge allesamt, also ihre drei Söhne. Ihr Symbol ist natürlich jetzt mit dem von Länau Velaryon verbunden. Sie ist aber nicht die einzige Targaryen, mit dem jetzt ein Velaryon-Symbol verbunden ist. Nein, wir sehen auch das erste Mal ein Symbol, das für Dämon Targaryen steht. Das hatten wir in dem Intro tatsächlich noch gar nicht. Oder zumindest haben wir es noch nicht so genau gesehen. Und sein Symbol verbindet sich mit dem von Läna Velaryon, wo ebenfalls zwei weitere Blutstriche rausgekommen sind, die auch Kinder anzeigen. Nämlich haben die beiden Zwillingstöchter bekommen. Wie wir das ebenfalls noch in dieser Folge gesehen haben. Aber wir beginnen die Folge auch mit einer Geburt. Und zwar kommen wir direkt in die Geburt von Gottfried Velaryon, glaube ich. Ja, ich glaube, er heißt Velaryon in dem Fall. Das dritte Kind von Rhaenyra. Der Kleine wird direkt in der ersten Szene geboren. Und Rhaenyra ist sichtlich erleichtert, dass sie die Geburt hinter sich hat. Und damit auch die Schwangerschaft. Aber sie hat nicht wirklich Ruhe. Denn sofort nach der Geburt verlangt... Das Kind ist keine fünf Minuten alt. Und schon fordert Königin Alicent, das Kind zu sehen. Und während sich Rhaenyra ankleiden lässt, kommt eine der Dienerinnen zum Kind, nimmt es und schnürt ihm das Genital ab und schneidet es ab. Oder kürzt es zumindest. Ich schätze mal, da wir ja auch später noch sehen, dass Alicent ganz genau weiß, dass es sich bei diesen Kindern nicht um Rhaenyras Leibliche handelt. Dass sie verhindern möchte, dass sich diese Kinder weiter fortpflanzen können. Weswegen das hier gemacht wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ob den anderen beiden Kindern auch das Genital gekürzt wurde bei ihrer Geburt. Oder ob das nicht gemacht wurde. Ob das diesmal das erste Mal ist. Ich will es nicht hoffen für die beiden. Aber ich könnte es mir bei dem Charakter, zu dem sich Alicent entwickelt hat, durchaus vorstellen. Rhaenyra ist noch sichtlich geschwächt von der Geburt. Sie bringt das Kind allerdings persönlich zu Alicent in Begleitung von Laenor. Und auf dem Weg dahin wird sie begrüßt von einem Lord Caswell. Der richtige Name von dem ist Alun Caswell, wenn meine Recherche stimmt. Die Caswells sind die Lords von Bitterbrück, wo Rhaenyra interessanterweise vor einiger Zeit noch zur Heiratsschau erwartet worden wäre. Wer sich an die letzten Folgen erinnert. War das nicht? Ich glaube es war sogar die vierte Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ja doch, vierte Folge. Da wurde sie an Bitterbrück erwartet. Das ist eine Stadt in der Weite. Und das Wappen der Caswells sieht so aus. Finde ich eigentlich sogar ganz schick. Und dieser Lord Caswell, dieser Lord Alun Caswell scheint ein ziemlich großer Verehrer von Rhaenyra zu sein. Oder zumindest ein Unterstützer. Denn er bietet ihr sogleich Hilfe an und sagt, was es für ein Privileg ist, ihr Kind als erstes zu sehen. Aber es geht direkt weiter und zwar mit Christon Kraut, der immer noch in der Königsgarde dient und scheinbar nicht für seine Aktionen in der letzten Folge bestraft wurde. Und er hat jetzt scheinbar auch kurzes Haar. Da hat sich wohl jemand etwas von Dämon abgeschaut. Jedenfalls, Christon Kraut scheint jetzt eher Alicent zu dienen als Rhaenyra. Und später in der Folge sehen wir noch zu, was für einen Charakter Sacriston geworden ist. Alicent sagt Rhaenyra zugleich, dass sie sich hätte ausruhen sollen, obwohl sie es eigentlich war, die sie gerufen hat. Also sie ist eigentlich schuld, dass sie sich nicht ausruhen kann. Denn Rhaenyra nimmt das Sassy wie immer. Also sie bleibt schön frech, aber gewandt gegenüber Alicent. Und auftritt die wandelnde Leiche. Viserys kommt dazu. Und das Erste, was uns auffällt, ihm fehlt einfach mal ein Arm. Er ist jetzt der einarmige Viserys. Aber wirklich, also Viserys sieht so wasted aus. Und der ist so kaputt. Er scheint mir aber, trotz dass ihm ein Arm fehlt, es scheint mir, als würde er sich besser fühlen. Und er ist auch voll motiviert. Er kommt aus eigenen Stücken rein, ohne Stütze oder sonst was. Und er möchte natürlich seinen neuen Enkelsohn betrachten, begutachten. Und er hält ihn mit einer Hand, oder mit einem Arm, was ich schon interessant finde. Das ist bei so einem Neugeborenen ein bisschen riskant. Aber Alicent gibt es natürlich auch, damit sie sich ihren zukünftigen Rivalen auch nochmal anschauen kann. Und Alicent bringt ihn zu Laenor, also das Kind, während Rhaenyra sich hinsetzt. Und ihren Vater später noch umarmt. Und ich finde das schön, dass Rhaenyra und Viserys jetzt über die Jahre scheinbar doch wieder miteinander klarkommen. Und Viserys endlich vollkommen akzeptiert hat, dass Rhaenyra seine Nachfolgerin ist. Und dass Rhaenyra jetzt auch endlich mit der vollen Hingabe dabei ist. Und ja, das wird hier ganz gut gezeigt. Alicent beleidigt Laenor erstmal und sagt ihm, er solle es doch ruhig mit Rhaenyra weiterversuchen. Dann würde er vielleicht auch mal ein Kind bekommen, das so aussieht wie er. Was natürlich eine Anspielung darauf ist, dass diese Kinder, also Gottfried und Co. Laenor nimmt sich übrigens das Recht heraus, hier das Kind alleine zu benennen. Jedenfalls diese Kinder, da wechseln wir auch gleich ins Kinderzimmer von Rhaenyra. Also nicht von ihr, sondern von ihren Söhnen. Dort warten nämlich ihre zwei anderen Söhne auf sie. Und sagen wir es mal so, die sehen Laenor nicht unbedingt ähnlich, sondern eher dem dritten Mann, der im Zimmer ist, nämlich Harwin Kraft. Und Harwin Kraft ist nun der neue Lover von Rhaenyra. Das hatte ich ja letzte Folgenbesprechung schon etwas angeschnitten. Und ja, es ist so gekommen, es war in den Büchern auch so. Also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Aber eine interessantere Sache. Harwin Kraft ist jetzt scheinbar der Kommandant der Stadtwache. Was? Ich glaube, das ist eine kleine Abweichung vom Buch. Ich kann mich nicht erinnern, dass Harwin Kraft hier der richtige Kommandant der Stadtwache war, also der Lord-Kommandant der Stadtwache. Ich weiß, dass er in den Büchern ein Kommandant der Stadtwache war. Also einer von vielen, ein Offizier sozusagen, aber nicht der Kommandant. Das ist er hier jedenfalls schon. Und ja, er beaufsichtigt Rhaenyras Söhne und kümmert sich so ein bisschen um die. Und ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass der Zeitsprung wirklich so groß ist. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Rhaenyra jetzt schon Prinz Gottfried, oder Joffrey heißt er im Englischen, gebärt. Also ich hatte eher gedacht, dass es nur bei Prinz Yakeres und Luceres bleibt, aber ist halt jetzt so. Der Zeitsprung zwischen Folge 5 beträgt übrigens fünf, äh, nee, nicht fünf, sondern zehn Jahre. Sprich, die ganzen Ereignisse dieser Serie umfassen jetzt einfach mal schon 14 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ja, 14 Jahre müsste das ungefähr sein. Und das ist schon ziemlich krass, aber ich finde, die Folge macht einen guten Job damit, uns up to date zu bringen. Also uns alles zu erklären, was in der Zeit so passiert ist, oder uns zumindest Anhaltspunkte zu geben, was passiert ist, und uns eben die Lücken selbst füllen zu lassen. Wechsel in die Drachengrube. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die von innen sehen, beziehungsweise, gut, wir haben sie in der ersten Folge ganz kurz von innen gesehen. Da hat man allerdings nicht alles wirklich erfassen können. Es wird ein Babydrache reingeführt, also ist schon ungefähr, weiß ich nicht, von der Größe eines großen Hundes oder so, kann man das, glaube ich, nennen. Und dieser Drache ist Vermax. Und Vermax gehört Yakeres Targaryen, also Rhaenyras erstgeborenen Sohn. Und er scheint für einen Drachen zumindest recht zahm zu sein, also wie man das bei Drachen halt so nimmt. Und ein kleines Detail, was uns auch gezeigt wird, ist, dass Drachen scheinbar nicht nach vorne gucken können. Also, die haben die Augen ja so ein bisschen abgespalten im Schädel, das heißt, die müssen den Kopf immer ein bisschen drehen, wenn sie gerade ausgucken wollen. Ähnlich wie das beispielsweise auch Vögel machen, also Enten zum Beispiel machen das ja auch so. Also, ja, das machen die Drachen hier auch. Und Vermax kriegt von Yakeres einige Befehle, also dass er ihm gehorchen soll und so weiter. Und das macht er, auch wenn er ein bisschen zickig ist für einen Drachen, aber ich denke, das ist im Teenager-Alter bei den Drachen auch ganz normal. Aber weil sich der Drache natürlich so gut mit Yakeres angefreundet hat, kriegt er zur Belohnung auch eine Ziege. Und ich habe, um ehrlich zu sein, kurz überlegt, das Gesicht dieser Ziege als Thumbnail zu nehmen, aber lassen wir das mal. Die Ziege ist ja schließlich nicht das Kernstück dieser Folge. Dabei, also mit von der Partie, sind natürlich auch Yakeres' jüngerer Bruder, Lucerys, der auch schon einen Drachen zu haben scheint, sowie sein älterer Halbbruder, äh, nee, sein älterer, nicht Halbbruder, sondern Cousin. Cousin, ähm, da warte mal. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Aegon ist ja trotzdem der Sohn seines Großvaters. Der Sohn seines Großvaters. Also ist das eigentlich sein... Weil Yakeres und Lucerys sind ja die Söhne von Rhaenyra, welche wiederum die Tochter von Viserys ist. Sprich, das sind eigentlich seine Großcousins. Oder Großonkel? Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal mit Großcousins. Ja, jedenfalls erstmal wichtiges Detail. Wir haben die beiden Söhne von Alicent, die klar erkennbar dadurch sind, dass sie grün tragen. Was ich mir auch eigentlich hätte denken können. Wir haben den Älteren, das ist Aegon, den, den wir schon aus Folge 2 und 3 kennen. Und, oder beziehungsweise eigentlich erst aus Folge 3. Und der Jüngere neben ihm ist Prinz Aemond. Und Aemond, ich glaube, den werden viele lieben. Der wird leider erst in den letzten paar Folgen richtig wichtig. Oder wird dort erst richtig seinen Charakter entwickeln. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen, Aemond ist der größte Badass dieser ganzen Show. Abgesehen von Daemon natürlich. Und wer Daemon liebt, der wird Aemond verehren. So viel kann ich das schon mal sagen. Aber right now, also jetzt gerade, ist Aemond noch so ein bisschen, wie Aegon ihn später nennt, ein Schlappschwanz. Er hat keinen Drachen und scheint auch im Kampf nicht wirklich versiert zu sein. Aber er scheint sich ganz gut mit den Kindern von Rhaenyra zu verstehen. Also er und sein Bruder Aegon. Und die beiden, also Aegon, Lucerys und Yakerys, also Söhne von Rhaenyra und Aegon eben. Die ziehen Aemond so ein bisschen damit auf. Sie schenken ihm ein Schwein und verspotten ihn dafür, dass er noch keinen Drachen hat. Woraufhin Aegon, äh Aemond, man mit diesen Namen kommt man schnell durcheinander. Woraufhin Aemond in die Grube hinab geht, zu den Drachen. Und wie gesagt, er hat ja bisher noch keinen Drachen. Er ist aber ziemlich fasziniert von denen. Und in der Gruppe sieht er, äh, in der Gruppe, in der Grube sieht er auch einen Drachen. Und dieser sah mir von der Ferne ziemlich stark nach Drogon aus. Natürlich kann das nicht Drogon sein. Aber ich würde mal vermuten, da er in seinem Schein des Feuers ein bisschen grau wirkt, dass es sich hierbei um Seerauch handeln könnte. Die richtige Größe hätte der auf jeden Fall. Seerauch ist ja der Drache von Lennor. Deswegen es würde Sinn machen, dass Seerauch in der Drachengrube untergebracht ist, solange Lennor in Königsmund verweilt. Szenenwechsel. Wir sehen jetzt das zweite Kind von Alicent, ihre Tochter Helena, die sich mit Insekten und derlei Vieh beschäftigt und die Glieder von einem Tausendfüßler zählt. Also ich glaube zumindest, dass es ein Tausendfüßler ist. Obwohl, es ist ein bisschen groß für einen Tausendfüßler. Also ich habe keine Ahnung von Insekten. Also sie wird das wissen, ich nicht. Aber Helena kommt mir ein bisschen weird vor. Also sie zählt das so abmanisch und sie singt dabei noch irgendwas. Und keine Ahnung, was sie damit wirklich erreichen möchte. Und sie scheint Alicent auch ganz schön zu langweilen. Und natürlich ist Alicent nicht so wirklich interessiert an Insekten und Co. Alicent zieht natürlich erstmal Aemond zu Rate und dass er nicht in die Drachengrube hätte gehen sollen. Und dann sagt Aemond eben, dass ihn seine Brüder, sein Bruder und seine Großcousins verspottet haben. Woraufhin Alicent natürlich sofort zu Viserys eilt, um ihn dafür zu stellen. Interessanterweise sagt sie natürlich, also Alicent sagt natürlich, dass Rhaenyras Kinder daran schuld sind. Wobei Viserys tatsächlich zu glauben scheint, dass das Aegons Idee war. Aber Viserys scheint immer noch nach 10 Jahren oder 14 Jahren immer noch mit seinem Valyria-Modell beschäftigt zu sein. Aber hey, es braucht jeder ein Hobby, selbst wenn er so am Auseinanderfallen ist wie Viserys. Wobei ich mich ja frage, wie er mit einem Arm und einer Hand noch richtig an diesem Modell weiterbauen möchte. Aber er wird schon wissen, was er tut. Und außerdem bezeichnet Alicent jetzt auch Rhaenyras Kinder als Wilde. Und ja, kurz darauf geht sie auch schon zu Aegon. Fragt ihn, also sie erwischt ihn erstmal beim Masturbieren. Und fragt ihn natürlich, ob er was mit dem Scherz zu tun hatte. Aegon sagt ihr dann, dass das die Idee von, ja, Cerys, glaube ich. Nee, Cerys? Na, ist auch egal. Es war jedenfalls die Idee der Rhaenyra-Kinder. Und Alicent erzählt ihm dann halt, dass er Aussichten hat, mal König zu werden. Allerdings nur, wenn Rhaenyra eben nicht den Thron besteigt. Und Aegon ist erstmal komplett fein damit. Ihm ist das eigentlich wurscht. Er möchte auch eigentlich gar nicht König werden. Und er hat auch nicht vor, Rhaenyras Anspruch anzufechten. Das ist eben nicht wirklich sein Problem. Okay, aber Szenenwechsel. Beziehungsweise eine Sache noch zu der Szene mit Alicent und Aegon. Ich finde den Umgang hier ziemlich interessant. Weil auf mich macht es so ein bisschen den Eindruck, als würde Alicent mit ihren Kindern genauso umgehen, wie ihr eigener Vater mit ihr umgegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das nennt man Generationstrauma. Wenn einen der Vater oder eine andere elterliche Figur so schlecht behandelt, dass sich das auf das eigene Empfinden oder auf den eigenen Umgang mit den eigenen Kindern umwälzt und man dann genau so versucht, seine Kinder zu erziehen und nach seinem Ebenbild zu formen, wie das schon der Vater versucht hat. Das ist in der Welt von Eis und Feuer natürlich normal. Aber in dem Fall ist es natürlich bei Alicent etwas wichtiger, weil es eben dafür sorgen könnte, dass das ihren Kindern nicht wirklich gut tut. Aber gut, jetzt Szenenwechsel. Wir sehen Syrax, der über ein Anwesen in dem Gebiet der Freistaat Pentos fliegt. Das ist an so einer Klippe gelegen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier viele Sachen auf Klippen gedreht wurden. Ich glaube, die Filmko war in Irland, wenn ich mich nicht täusche, oder Cornwall für viele dieser Szenen. Und ja, da hat man auf jeden Fall viele Sachen für verwenden können. Aber Syrax ist nicht der einzige Drache, den wir sehen. Und wir wissen ja, dass Syrax... Oder halt, nicht Syrax. Syrax war der Drache von Rhaenyra. Men, so viele Namen, ich komme auch schon durcheinander. Meine Fresse, ich raufe mir hier die Haare. Nein, Caraxes. Caraxes ist der Drache, den wir sehen. Caraxes ist der Drache von Daemon. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige Drache, den wir im Himmel sehen. Wir sehen nämlich noch die riesige und wirklich gewaltige Varga, die von Laina Velaryon geritten wird. Und ja, ich finde es cool, dass sie es bei Varga im CGI wirklich geschafft haben, es wirken zu lassen, als wäre Varga alt. Weil Varga ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 200 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Also Varga ist der älteste und größte Drache der Welt. Und das letzte lebende Wesen, das noch die Eroberung von Aegon, dem Ersten, miterlebt hat. Ihr, ich glaube, Vater? Ich glaube, Valerion war ihr Vater oder Bruder irgendwie so. War ja das letzte lebende Wesen, das noch Valyria miterlebt hat. Und Varga ist jetzt halt der letzte lebende Drache, der noch die Zeit von Aegon miterlebt hat. Und Varga, sage ich euch, Varga ist ein Biest. Varga ist ein richtiger Kriegsdrache. Und die hat schon sehr viele Schlachten miterlebt. Und die ist auch sehr blutrünstig. Und sehr gehorsam vor allem. Sie hat ja schon viele Reiter gehabt. Unter anderem auch Prinz Baelon, den Tapferen. Also den Reiter, oder besser gesagt, den Vater von Viserys. Der war nämlich auch ein Reiter von Varga. Aber ja, Lena und Dämon sind in einem anwesenden Pentos, wie ich schon sagte, gemeinsam mit ihren Drachen. Und ja, der Magister von Pentos, glaube ich, ist das. Oder der Fürst von Pentos. Der bietet Dämon an, das Haus, also das Fürstenhaus, wo sie gerade sind, inklusive aller Ländereien, die dazugehören, zu behalten. Und ihm eine Heimat zu bieten, sowie auch eine Menge Geld. Wenn er ihm gegen die Triarchie hilft. Denn die Triarchie, die existiert immer noch. Und sie fassen neue Stärke scheinbar. Und aus dem Subkontext dieser Szene kam mir so ein bisschen die Idee, dass die Triarchie scheinbar von Liss geführt wird. Also der freien Stadt Liss. Wobei ich immer die Idee hatte, dass die Triarchie eigentlich ein ebenbürtiges Bündnis von diesen drei Städten. Also Tyrosch, Myr und Liss ist. Aber kann natürlich sein, dass Liss sich dort auch jetzt ein bisschen mehr Macht erkämpft hat. Und ja, also Dämon zieht das Angebot des Fürsten auf jeden Fall in Betracht. Lena ist da nicht so ein Fan von. Und wir sehen direkt in der nächsten Szene, wie Dämon seine Tochter... Bei den beiden wird es nochmal schwieriger, sie auseinanderzuhalten. Bela und Räna, also die Töchter von Dämon, sind nämlich Zwillinge. Deswegen die beiden auseinanderzuhalten, wird ziemlich schwierig. Aber fürs Protokoll, diejenige, die von Dämon bevorzugt wird, oder sein Lieblingskind, wenn man so will, ist Bela. Und die, die das nicht wird, und die auch noch keinen Drachen hat, ist Räna. Deswegen, Bela ist, wie gesagt, mit ihm am Valyrischlern. Und dann kommt Läna halt dazu. Und die reden noch ein bisschen über das Angebot. Und so weiter, aber dazu kommen wir später auch noch. Zurück in Königsmund. Im Hof üben dort die ganzen Jungen. Also Aemond, Aegon, Lucerys und Yakerys. Und was Kämpfen angeht, ist Aegon bisher eindeutig der Beste. Aber er ist ja auch der Älteste. Also sprich, er hatte am meisten Lehre. Und Lehrer ist in dem Fall Christon Kraut. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass Christon Kraut eindeutig die grünen Jungen, ich nenne die jetzt mal so, bevorzugt und nicht wirklich was auf die Ausbildung der Rhaenyra-Jungen, so nenne ich die jetzt mal, gibt. Serhaven mischt sich dann natürlich auch ein und versucht das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Und weist Christon darauf hin, dass das nicht wirklich förderlich ist, wenn er den Rhaenyra-Kindern keine Aufmerksamkeit schenkt. Und die Form, wie Christon das jetzt wettmachen möchte, ist, indem er einfach mal Aegon gegen Yakerys ankämpfen lässt. Und ich muss echt sagen, Christon Kraut ist seit der letzten Folge, also in den letzten zehn Jahren war er der Zeitsprung, ein richtiges Arschloch geworden. Also der, sein, sein Wechsel von den Seiten, der ist ziemlich deutlich geworden und er ist richtig, er ist richtig zu einem Arschloch mutiert. Und er ist auch kein richtiger Ritter mehr. Er hat diese Tugenden eines Ritters abgelegt, wie ihn Serhaven auch darauf hinweist, weil er Aegon bei dem Kampf gegen Yakerys befiehlt, immer weiter auf ihn einzuprügeln, selbst wenn er am Boden liegt. Und das lässt sich Harven natürlich nicht gefallen. Harven ist hier definitiv im Recht, weil so etwas sollte ein Ritter, und gerade ein Ritter der Königsgarde, nicht machen. Und ich schätze, da fühlte sich Christon auch so ein bisschen an seine Verprügelung von Gottfried Lonnmund erinnert. Aber kleines Detail, was mir noch auffiel, Yakerys ist gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Also klar, Aegon besiegt ihn, er ist ja auch größer und stärker und älter. Aber ich sag mal so, mit dem richtigen Training und noch mehr Zeit könnte Yakerys ihn auf jeden Fall schlagen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Er hat auf jeden Fall die Courage, das Potenzial und die Lernfähigkeit. Aber für Harven reißt die Schnur dann, als Christon ihn quasi darauf anspricht, dass seine Hingabe zu diesen Jungs ja wohl bedeuten müsste, dass er mit ihnen verwandt sei. Woraufhin ihm Harven erstmal eine scheuert und Christon eine Dosis seiner eigenen Medizin verabreicht. Denn er schlägt ihm ganz schön das Gesicht ein. Leider nicht genug. Ich schätze mal, die Königsgarde hat daraus gelernt, wenn Leuten das Gesicht eingeschlagen wird. Aber, ja, Harven wird zurückgezogen und beleidigt Christon nochmal und Christon denkt sich so, du bist auf meine Provokation eingegangen, du Vollidiot. Ja, wie gesagt, Christon ist ein richtiges Arschloch geworden. Rhaenyra wird natürlich sogleich informiert, dass es das gab und sie schleicht sich aus dem Geheimgang ihres Gemachs hinaus Richtung des Gemachs von Lord Lionel, um dort die Konversation zwischen den beiden mit anzuhören. Und Lionel scheint eindeutig um Harvens Liebschaften, also um die Liebschaften seines Sohnes zu wissen. Natürlich streitet Harven diese ab. Aber hier zeigt sich auch, dass selbst Lionel weiß, dass das Einzige, was zwischen der Eskalation steht, Viserys ist. Und Viserys wird ja immer schwächer und wird wahrscheinlich bald sterben. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass es dann auch für Harven Kraft das Exil und möglicherweise den Tod bedeutet. Und das weiß Lionel. Daraufhin folgt eine Szene, die ich jetzt nicht so wichtig finde. Aber Rhaenyra befiehlt einem besoffenen Laenor, dass er bei Hof bleiben sollte und nicht in den Krieg gegen die Triarchie zieht. Er erwartet, oder sie erwartet von ihm, dass er ihr beisteht in diesen Zeiten. Und das tut Laenor auch. Und es wird ein wichtiges Zitat gedroppt, denn Laenor sagt, dass der kluge Seemann den Sturm umschifft, was sein Vater ja gesagt hat. Natürlich, es kann auch guter Dialog sein, wenn er wiederholt wird. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Charaktere dann nicht so wirklich die Zeit haben, die ganzen guten Zitate selbst zu nennen. Deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn man die Zitate von bereits etablierten Charakteren nur wiederholt. Aber man muss sagen, dass dieses Zitat hier in einem ganz anderen Kontext genutzt wird und dass es das dann auch wieder besser macht. Dementsprechend ist jetzt die nächste Szene dran. Also, ja, das... Wie gesagt, ich fand die Szene nicht so wichtig. Laena redet mit Rayna. Ich hasse diese ganzen Namen. Und versichert ihr, dass sie auch noch irgendwann einen Drachen bekommt, weil Raynas Ei ist wohl seit acht Jahren kühl geblieben und hat sich nicht geregt. Daemon hat nur Augen für ihre Zwillingsschwester Bela, was ihr wohl scheinbar auch aufgefallen ist. Aber mir kommt es auch irgendwie so vor, als wüsste Daemon aktuell nichts mit sich anzufangen, besonders im Gespräch, was er danach mit Laena hat. Er sagt zwar, er vermisst nur den Wein von Westeros und es ihn das eigentlich gar nicht interessiert, was dort alles passiert, aber tief drinnen glaube ich, dass er schon irgendwie zurückkehren möchte. Ihn aber irgendwie seinen Ruf bei Hofe und alles, was da drumrum ist, davon abhält. Aber ja, noch kehrt er nicht zurück. Nächste Szene. Eine kleine Ratssitzung. Es geht um die Rivalität der Schwarzhainz und der Brackens. Alicent möchte das Problem an Haus Tully abwälzen. Dieses Haus Tully wird allerdings aktuell von einem Kind geführt. Rainyra hingegen möchte, dass man die Landleute, also es geht um versetzte Grenzsteine der Brackens und der Schwarzhainz, dass man die Landleute fragt, wo diese Grenzsteine ursprünglich standen. Viserys ist mal wieder nicht wirklich entscheidungsfreudig und er ist eigentlich nur noch zur Schau da. Deswegen, Lord Lionel stimmt Rainyra zwar zu, aber naja, eine richtige Entscheidung wird nicht gefasst, da Alicent die Sitzung abbrechen möchte zu Viserys wohl. Rainyra versucht allerdings noch etwas zu sagen und zwar möchte sie eine Art Ausgleich oder Versöhnung mit Alicent schaffen und ihrer Familie. Also nicht verwechseln, wir reden hier von den Familien von Alicent, also sie und ihren Söhnen, sowie auch Rainyra und ihren Söhnen und Ehemann, also Lainor. Aber ganz an und für sich sind sie alle ein Haus, also das Haus besteht aus mehreren Familien, das muss man sich immer im Kopf behalten. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, sie versucht einen Ausgleich zu schaffen. Alicent ist davon jedoch nicht wirklich beeindruckt und nachdem Rainyra eine Verlobung von Yakeres mit Helena vorgeschlagen hat, Ich glaube, Helena ist ein bisschen älter als Yakeres, aber solange der Altersunterschied unter 10 Jahre ist, ist das eigentlich nicht so schlimm. Und ich glaube, dass es auch im Buch nicht passiert, also dass Rainyra diesen Vorschlag gemacht hat, aber ich finde den Vorschlag an sich gar nicht so schlecht. Es ist eine gute Möglichkeit, diese rivalisierenden Familien in diesem Haus wieder zu vereinen. Wie im Anfang schon gesagt wurde, das Einzige, was das Haus des Drachen zerstören kann, ist es selbst, also die Familien innerhalb des Hauses des Drachen. Viserys findet den Vorschlag zwar gut, aber Alicent möchte das erstmal noch nicht bedenken und bringt Viserys weg. Sie bemuttert ihn auch total und will dafür sorgen, dass er sich hinlegt und so wenig am Hofleben teilnimmt wie möglich. Und daraufhin tritt Lord Lionel ein, also die Hand des Königs, und er sagt einfach mal knallhart, dass er sein Amt als Hand des Königs niederlegen möchte. Und Lord Lionel tut das Richtige. Also in seiner Position, mit so einem Schandfleck auf seinem Ruf, sollte man das eigentlich auch machen. Also zumindest in seiner Position, als kleiner Lord aus den Flusslanden, der nicht wirklich viel Ansehen hat, dass er zu verlieren hat, aber als Hand des Königs eben trotzdem einen Ruf zu wahren hat. Deswegen möchte er das Amt niederlegen. Und Viserys erlaubt ihm das allerdings nicht, weil Lord Lionel die Anschuldigungen, die gegen seinen Sohn entstanden sind, zu der Alicent ihn gedrängt hat, diese zu nennen, er möchte sie nicht gestehen. Also er möchte sie nicht aussprechen. Und dementsprechend verbietet ihm Viserys, seine Dienste aufzukündigen. Im Gegenzug fordert Lionel dann nur, dass er Harwin nach Harrenhall bringen darf, um ihn halt dort einzuführen auf die Burg, damit er als sein Erbe die Burg auch irgendwann mal übernehmen kann. Alicent geht danach und sie ist mit Larys Kraft, also dem einem der Söhne von Lionel, zum Essen verabredet. Und Larys ist mal wieder ein Meisterredner und zeigt, dass er bereit ist, als Alicents Verbündeter zu agieren. Alicent gibt auch zu, dass es ihr nur um sie selbst geht, besonders als es darum geht, wer jetzt nach Lionel die nächste Hand des Königs werden könnte. Auch wenn er das Amt formell nicht niedergelegt hat, weswegen ich schon da geglaubt habe, dass Larys da irgendwas plant. Aber Alicent sagt halt durch die Blume quasi, dass ihr Vater sie nur unterstützen würde und ihr Vater nur sie, nur für sie Partei ergreifen würde. Was für mich halt auch zeigt, dass es ihr eigentlich nur um sie selbst geht und nicht um ihre Kinder. Also ja, Alicent ist jetzt eine... Ja, sie hat sich auch zu einem ziemlichen Arschloch entwickelt über die Jahre. Und sie ist jetzt eindeutig nicht mehr auf das Wohl der Familie Targaryen, sondern auf ihr eigenes bedacht. Und sie ist es, die nach dem Thron strebt. Und Larys Kraft betritt jetzt den Saal als der Meister der Intrigen und der Ruchlose, der er wirklich ist. Er geht ins Gefängnis und bietet den Gefangenen dort an, sie zu begnadigen, wenn sie im Gegenzug ihre Zungen verlieren und ihm dienen. Und Larys Kraft hat wohl scheinbar auch ein eigenes Symbol gewählt, welches diese Stummen jetzt auch tragen. Und das ist auch auf seinem G-Stopp drauf. Wie gesagt, ich kenne mich mit Insekten nicht so gut aus. Ich weiß nicht, was das für ein Insekt ist, was er als Symbol gewählt hat. Ich glaube, es ist ein Glühwürmchen, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung von Insekten. In der nächsten Szene erleben wir dann eine weitere Geburt. Und zwar eine von Lena, die ja schon im Laufe der Folge hochschwanger war. Aber ich hatte nicht erwartet, dass das Kind so früh kommt, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist es auch eine Frühgeburt, also von daher. Aber wir sehen auch gleich, dass Lena die Geburt ganz anders angeht als Rhaenyra. Sie ist erstmal in einer ganz anderen Gebärposition. Und man merkt ihr an, sie kämpft richtig. Sie kämpft richtig gegen das Kind oder mit dem Kind an. Und sie schreit das Kind quasi förmlich an, was in ihr ist. Und es ist so einen richtigen Kampfschrei heraus. Und hat so eine richtig wütende oder entschlossene, ich weiß nicht genau, wie ich das interpretieren soll, so einen richtig wütenden oder entschlossenen Gesichtsausdruck. Aber sie gibt auf. Sie gibt sich den Schmerzen hin und sie verliert diesen Kampf. Und sie gibt eben auf. Sie möchte das nicht mehr. Und der Mäster, der anwesend ist und das Ganze beaufsichtigt hat, der macht Dämon ein Angebot. Und zwar das gleiche, was schon Viserys gemacht wurde. Er bietet Dämon an, Lena aufzuschneiden, um das Kind rauszuholen. Und ich glaube, ich glaube, für einen kurzen Moment hat Viserys wirklich daran gedacht, Lena aufzuschneiden. Nicht um das Kind zu retten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Kind ist Dämon scheißegal. Sondern um Lena loszuwerden. Weil ich habe es, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich habe es irgendwie in Dämon's Augen gesehen, dass er dachte, hm, wenn ich diese Ehe jetzt wieder loswerde, dann habe ich nochmal eine Chance, Rhaenyra zu heiraten. Hm. Deswegen, also, ich glaube, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, hatte Dämon diese Idee. Aber er trifft diese Entscheidung nicht. Er trifft diese Entscheidung nicht, Lena aufzuschneiden. Das macht er nicht. Aber Lena ist trotzdem überfordert mit dem Ganzen und will so nicht sterben. Also an langsamem Blutverlust. Sondern wie sie sagte, sie will als Drachenreiterin sterben. Und das tut sie auch, denn sie geht zu Varga. Und in der Szene dachte ich mir nur so, alter Schwede ist Varga riesig. Also klar, sie ist 200 Jahre alt und das setzt schon eine gewisse Größe voraus. Aber in Game of Thrones haben wir dieses Wachstum der Drachen miterlebt. Und aber eben dadurch, dass die Show so schnell zu Ende ging, ist das Wachstum der Drachen unfassbar schnell vonstatten gegangen. Und eigentlich viel schneller, als es hätte laufen sollen. Und eigentlich sehr viel schneller, als es auch realistisch, also innerhalb der Welt realistisch, möglich wäre. Und Varga ist halt schon 200 Jahre alt und dementsprechend ist sie extrem riesig. Sie ist größer als Drogon. Und ja, was macht Lena? Sie fordert von Varga, dass sie sie verbrennen soll. Sie schreit ihr Dracarys entgegen. Sie bittet sie, sie fleht sie förmlich an, sie zu verbrennen. Weil sie das alles nicht mehr will. Und Varga tut es. Varga bringt Lena zum Brennen und äschert sie in Flammen ein und tötet sie. Und Dämon sieht das Ganze mit an in den letzten Sekunden. Und ich glaube auch, dass Dämon nach dieser Ansicht oder nach dem, was er da gerade gesehen hat, dass er wirklich betroffen ist. Ich glaube nicht, dass er lange betroffen sein wird. Aber ich glaube, er trauert um Lena auf jeden Fall mehr, als er um Rhea Royce getrauert hat. Um die hat er nämlich gar nicht getrauert. Aber gut, wieder Szenenwechsel. Harwin verabschiedet sich von Rhaenyras Kindern. Und diese fragen Rhaenyra kurz nachdem er gegangen ist, auch ob er ihr Vater ist. Rhaenyra beantwortet die Frage nicht, sondern sagt ihren Kindern nur, dass sie Targaryens sind. Und dass das alles ist, was zählt. Womit sie auch eigentlich recht hat. Aber, naja, es ist auf jeden Fall schon ein ziemlicher Schandfleck auf Rhaenyras Weste, wenn sie mit diesen Bastarden, also mit Luceres, Jaceres und Gottfried, weiter als ihren Erben handelt. Deswegen, es ist schwierig. Es ist schwierig. Rhaenyra kündigt dann auch direkt in der nächsten Szene Laenor, der im Hof wieder am Üben ist, an, dass sie sich nach Drachenstein begeben wird, um dem Hof und den Intrigen und diesen ganzen Anschuldigungen zu entgehen, woraufhin sie Laenor das Zitat nennt, dass der kluge Seemann den Sturm umschifft, wenn er kommt. Und jetzt gerade zieht definitiv ein Sturm auf, welcher, nun ja, sehr gefährlich für Rhaenyra und ihre Kinder sein könnte. Deswegen ist dieses Sturm-Zitat sehr passend. Arwen und Lionel kommen in der nächsten Szene in Harenhall an. Harenhall sieht ein bisschen anders aus als in Game of Thrones. Ich glaube, es ist noch ein bisschen größer. Oder zumindest ist einer der Türme auf jeden Fall sehr viel größer. Das kann natürlich auch dem Budget entsprechen. Also kann man, glaube ich, nicht hundertprozentig sicher sein. Und, ähm, ja, es dauert echt nicht lange und dann sind Laris Crafts Agenten schon hinter ihnen, schleichen sich in Harenhall ein und legen Feuer. Und dieses Feuer, das tötet Lionel und Harwin. Und zwar beide. Einfach so. Laris Craft beauftragt seine Agenten damit, seinen Vater und seinen Bruder zu ermorden. Und, ganz lustig eigentlich, dass der stärkste Ritter in den Sieben Königslanden wohl scheinbar keine Tür, keine verschlossene Tür aufkriegt. Sogar noch mit Hilfe von der Außenseite. Aber das zeigt, glaube ich, wie gefährlich Laris Craft ist. Er ist wirklich bereit, extrem große Opfer zu bringen. Er kennt keine Gnade. Und er hält im Anschluss auch eine Rede über Kinder. Und ich würde die jetzt gerne, also diese Rede, die war so unfassbar gut. Ich würde sie gerne einblenden, aber ich glaube, dann kriege ich Probleme. Es geht auf jeden Fall darum, dass Kinder für Laris keine Wichtigkeit haben und für ihn nur eine Farce sind, um eine Illusion der Unsterblichkeit aufrecht zu erhalten. Dass man quasi glaubt, dass man in seinem Kind oder dass ein Teil von einem selbst in seinem Kind fortbestehen würde. Und Laris hält nichts davon. Und er sieht den Tod als das, was er ist, und zwar als unvermeidlich. Und ja, die letzte Szene in der Folge. Bevor wir zu der letzten Szene der Folge kommen, während Laris über die Kinder spricht, kommen Rhaenyra und ihre Leute in Drachenstein an. Und Viserys sitzt in seinem Gemach. Der hat zwei Ringe auf seinem Zeigefinger, glaube ich, war das. Einer ist der Dynastiering der Targaryens und der andere, da musste ich ein bisschen genauer hinschauen, der kommt mir vor, wie ein Ring der Drachenstein darstellen soll, weil meine in den Umrissen einen Drachen und einen Stein erkannt zu haben. Also Drachenstein ergibt Sinn. Und ja, Viserys küsst diesen Drachensteinring, womit er, glaube ich, zeigen möchte, dass er zu seiner, also die Szene trotzt natürlich wieder nur so vor Symbolik, damit möchte er zeigen, dass er zu seiner Entscheidung steht, dass er Rhaenyra nicht ersetzen wird, nicht im letzten Augenblick, dass er es die letzten 14 Jahre so gehandhabt hat. Und deswegen wird er das jetzt auch nicht ändern. Aber die Konsequenz dazu ist natürlich, dass die Ratten in Viserys Gemach kommen. Und Viserys Gemach ist, glaube ich, einer der wenigen Orte, wo wir bisher noch keine Ratten gesehen haben. Außer halt in dieser einen Bett-Szene, aber ich glaube nicht, dass das Viserys Gemach war, weil da fehlte das Valyria-Modell. Die Ratten sind da, die Ratten beobachten Viserys und bereiten sich darauf vor, seinen Leichnam zu kosten. Und der Name dieser Ratte lautet Alicent. Aber um das nochmal klar zu sagen. In dieser Folge, in den letzten Folgen haben wir alle nie irgendwelche großen, also bis Folge 5 hatten wir nie irgendwelche großen Tode. Gottfried Lonnmond war so der Erste, aber jetzt sind gleich drei wichtige Charaktere in einer einzigen Folge gestorben. Lionel Kraft, Harwin Kraft und Leina Velaryon. Alle drei in einer Folge abgenippelt. Und dazu vermutlich noch am gleichen Tag. Das passt zwar nicht ganz mit der Buch-Timeline zusammen, ist aber eigentlich auch egal. Und ja, Laris schiebt den Tod von Harwin und Lionel auf den Fluch Harns des Schwarzen. Harrenhal wurde ja von diesem Harren dem Schwarzen erbaut, der den Stein mit Blut gemacht hat, also den Mörtel für den Stein mit Blut angemischt hat. Und die Burg soll verflucht sein. Das war schon zu Zeiten von Game of Thrones so. Und es wird hier weitergeführt. Und in dieser Szene zeigt Laris Kraft wirklich, wie unfassbar gerissen und böse er eigentlich ist. Er redet so unfassbar ruhig und gelassen über den Tod seines Vaters und seines Bruders, den er ja nicht mal zu hassen schien, als wäre es nichts, als wäre er einfach davon nicht beeindruckt. Und er stellt es auch noch so dar, als hätte Alicent diesen Wunsch geäußert, als hätte sie gewollt, dass Lionel und Harwin sterben. Was Alicent durchaus gewünscht hat, auch wenn sie es hier verneint. Aber als sie eben diese Besorgnis und diese Furcht auch so ein bisschen zeigt und äußert, hat Laris Kraft nichts anderes für sie übrig, als ein Lächeln. Und mein Gott, ich liebe Laris Kraft. Dieser Typ ist so eine Verkörperung des Bösen, also des Bösen in der Welt von Eis und Feuer. Deswegen, es ist wirklich unfassbar, wie gut dieser Charakter geschrieben ist und was er zu sagen hat, was er tut und wie gnadenlos er einfach ist. Und der wird, glaube ich, ein sehr großer Fanliebling, Laris Kraft. Der wird, glaube ich, wirklich ein würdiger Nachfolger von Kleinfinger und Lord Varys werden. Er hat ja schon einen ähnlich klingenden Namen. Aber ich glaube sogar, für mich persönlich, ist Laris Kraft jetzt schon besser als Littlefinger und Varys. Das liegt aber nur an Staffel 7 und 8. Aber wow. Also ich freue mich drauf, Laris Kraft weiter in Aktion zu sehen und seine Intrigen weiterzusehen. Ich bin wirklich gespannt drauf. Und das war die Folge. Ich muss wirklich sagen, ich mag diese Folge sehr. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall. Bisher würde ich sagen, dass meine Lieblingsfolge Folge 4 war oder Folge 3. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Folge 6 ist schon... Also wirklich, das ist... So muss das sein. Und der Zeitsprung wurde gut erklärt. Die Charaktere wurden gut neu vorgestellt mit nur wenigen Sätzen. Ihre ideologische Änderung wurde gezeigt. Die neue Generation des Hauses Targaryen wurde vorgestellt. Sowohl auf Alicent als auch auf Rhaenyras Seite. Und da kommt definitiv noch mehr. Also das sind noch nicht alle Kinder. Alicent hat ja zum Beispiel noch ein viertes Kind. Und Rhaenyra wird... Das kann ich als kurzen Spoiler zum Buch schon mal sagen. Rhaenyra wird auch noch zwei weitere Kinder haben. Und... Ja, drei sogar. Drei sogar. Und ja, ich... Es wird nur spannender. Es wird wirklich der größte Spannungsbogen über die ganze Serie hinweggespannt. Über mehrere Jahre. Und das kann sich dann alles am Ende sehr schön entladen, wenn der ganze Konflikt ausbricht und wenn die Drachen tanzen. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Bis nächste Woche. Und ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen noch ein Video machen zu House of the Dragon, wo es um die eventuelle Schauspielerbesetzung für Staffel 2 geht. Oder um Gerüchte dazu zumindest. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ich freue mich drauf. Wir fallen auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF, 2020